Am 5. Dezember 1963 wurde in Italien die erste Regierung vereidigt, bei der der PSI, also die Sozialistische Partei Italiens, Teil der Regierungskoalition gewesen ist. Der Weg hin zu dieser Regierungsbeteiligung des PSI war ein langer Weg und er dauerte mehrere Jahre und wir haben ihn uns im letzten Teil dieser Italienreihe auch genauer angeschaut. Es gab Widerstände innerhalb der Demokrazia Christiana, es gab auch Widerstände innerhalb der Sozialistischen Partei Italiens und am Ende konnten diese Hürden und Widerstände übersprungen werden und überwunden werden. Und jetzt gab es also im Dezember 1963 die erste Regierung mit Hilfe des PSI, also bei der der PSI Teil der Regierungskoalition gewesen ist. In diesem Video wollen wir uns mal die ersten Regierungen anschauen, das betrifft die Regierungen Moro I bis Moro III, also Aldo Moro an der Spitze dieser Regierungen. Wir wollen mal schauen, was jetzt passiert ist in dieser Zeit in Italien und wir wollen uns den Zeitraum von 1963 bis 1968 in diesem Video genauer anschauen. Dazu blicken wir zunächst einmal auf die vierte Legislaturperiode, in der wir uns nun befinden und wir sehen neben Moro gab es auch noch ein Kabinett von Giovanni Leone. Auf dieses Kabinett schauen wir auch noch gleich, wir sehen allerdings dieses Kabinett von Leone war eine Minderheitsregierung, ein Minderheitskabinett. Wir sehen 260 von 630 Sitzen in der Abgeordnetenkammer und 132 von 315 Senatoren im Senat gehörten zur Demokrazia Christiana. In beiden Fällen reichte das also nicht für eine eigene Mehrheit. Das änderte sich also mit Aldo Moro und er hatte jetzt drei Regierungen in dieser vierten Legislaturperiode angeführt und gerade diese letzte Regierung, Moro III, ist insbesondere erwähnenswert, denn bis Silvio Berlusconi sollte das die Regierung sein, die temporal gesehen, also zeitlich gesehen, am längsten im Amt gewesen ist. Denn wir haben das in den letzten Videos schon gesehen und man sieht das ja auch hier, es ist nicht so, dass eine Regierungskoalition die gesamte Legislaturperiode gehalten hätte. Selbst die Regierung Moro I zerfiel ja relativ bald und musste umgeordnet, umgebildet werden, auch wenn die Koalition am Ende gleich geblieben ist. Hier liegt tatsächlich auch ein Bruch drin. Es war nicht ganz so klar, dass Moro da auch gleich wieder ein neues Kabinett hat bilden können. Also insofern gab es hier keinen Regierungschef, der ein gleiches Kabinett die ganze Legislaturperiode hindurch geführt hätte. Da wurde immer mal wieder umgebaut. Und das zählt ja dann als neue Regierung nach Verhandlungen eben. Gut, das mal nur so am Rande. Jetzt schauen wir uns zunächst einmal die Wahl vom 28. April 1963 an. Da beginnt ja jetzt im Grunde diese vierte Legislaturperiode. Die Demokratia Christiana hatte gehofft, dass diese Hinwendung nach links, also die Hinwendung der Demokratia hin zur Sozialistischen Partei Italiens, dazu führen würde, dass die Demokratia Christiana an Stimmen mehr gewinnen würde. Allerdings blieb das genau aus. 1958 nämlich erzielte die Demokratia Christiana 42,35% der Stimmen und jetzt, hier kann man es ja sehen, im Abgeordnetenhaus 38,28% der Stimmen. Also das waren so circa 4% Punkte, die man verloren hatte. Gewinner dieser Wahl waren dagegen die Kommunistische Partei Italiens, die von 22,68% auf 25,26% gestiegen ist. Und auch die Sozialdemokraten, die von 4,55% herauf auf 6,1% gekommen sind. Die Sozialistische Partei Italiens, der Regierungspartner also, in der vierten Legislaturperiode, verlor dagegen minimal von 14,23%, ging es hinab auf 13,84%. Aber das sind nur minimale Verluste. Man hat sogar letztendlich drei Sitze im Abgeordnetenhaus mehr erzielt. So, und auch im Senat ein ähnliches Bild. Hier ist die Demokratia Christiana prozentual gesehen sogar noch schwächer als im Abgeordnetenhaus. Hier sind es nämlich nur 36,47% und damit hat man hier sogar fast 5% Punkte verloren im Vergleich zu 1958. Und auch hier das gleiche Bild. Die Kommunistische Partei und auch die Sozialdemokraten haben an Stimmen dazugewonnen. Der PSI, der blieb hier sogar fast auf dem gleichen Niveau. 14,08% waren es 1958 gewesen. Kurzum, die Demokratia Christiana verliert und der Senat wurde im Übrigen, das sollte ich an dieser Stelle sagen, aufgestockt. Auf 315 Abgeordnete bzw. Senatoren, sollte man hier richtigerweise sagen. Nun, trotz dieser, man könnte sagen, Niederlage der Demokratie, der Christiana hielt sie an dem Weg fest, den sie bestritten hatte. Nun muss man ja sagen, wir haben es ja im letzten Video gesehen, eine Regierungskoalition rechts von der Demokratie, der Christiana, war nicht möglich. Also das hätte nur zu großen Ausschreitungen geführt und war also ausgeschlossen. Und deswegen ging der Blick ja automatisch hier zu den Sozialdemokraten, zu der republikanischen Partei. Gut, sie hat jetzt im Senat keinen Senator, aber wenn wir nochmal zurückschauen, hier gibt es immerhin sechs Sitze. Und dann ging der Blick natürlich irgendwie auch zu dieser sozialistischen Partei Italiens. Man wollte eben die Regierungskoalition vergrößern und dadurch eine Mehrheit erreichen. Man muss allerdings auch sagen, bei dem Wahlergebnis hier haben DC, PRI und PSDI ja gar keine eigene Mehrheit. Also man war schon irgendwie gezwungen, entweder hier den PSI oder den PRI mit einzubeziehen in die Regierungskoalition. Gut, beginnen wir also der Reihe nach. Es gibt diese Regierung Leone I, die nicht so lange im Amt ist. Diese sollte eigentlich nur dem Übergang dienen, denn die Sozialisten waren sich noch nicht einig, ob man jetzt sofort schon eine Regierung bilden solle mit der Demokratie, der Christiana oder nicht. Und um diese Zeit zu überbrücken, gab es also jetzt dieses Minderheitskabinett von Leone I, das allerdings dann insoweit gestützt worden ist, dass es also mit Hilfe der Sozialisten auch wichtige Gesetze hat erlassen können. Aber so viel wurde da in dieser Zeit nicht verabschiedet. Nun ist es so, diese Verhandlungen zwischen Aldo Moro und Pietro Nenni, zwischen DC und PSI, führen dann letztendlich tatsächlich dazu, dass der PSI bereit ist, in eine Regierung einzutreten. Und das ist jetzt die Regierung Moro I. Und das habe ich am Anfang gesagt, diese Regierung wird am 5. Dezember 1963 vereidigt. Wir sehen allerdings, ganz so lange hat diese erste Regierung nicht gehalten. Und wir werden auch gleich sehen, woran sie zerbrochen ist. Das hatte ich schon beim letzten Video gezeigt. Also da war noch irgendwie Euphorie da. Das ist die Parteizeitung der Sozialistischen Partei Italiens, der Avanti. Da heißt es ja, da oggi on you know a più libero. Also ab heute ist ein jeder Freier. Da gibt es irgendwie mehr Freiheit für jeden. Natürlich, klar, da feiern die Sozialisten natürlich, dass sie in der Regierung sind. Was waren so die grundlegenden Ziele? Man hatte viele Reformen angestrebt. Man wollte viele Reformen umsetzen, beschließen. Das bezog sich auf das Erziehungswesen. Es ging um Stadtplanung, um Landesplanung, um den öffentlichen Dienst, die Landwirtschaft. Und man richtete sich auch jetzt an den Süden. Der Mezzogiorno sollte oder dem Mezzogiorno sollte geholfen werden. Und es sollten auch mehr Rechte für Arbeitnehmer beschlossen werden. Das waren so die grundlegenden Ziele. Zudem sollte das Wirtschaftswachstum in die richtigen Bahnen gelenkt werden, sodass auch mehr Menschen davon profitieren könnten, beziehungsweise eben, dass der Profit für viele einfach höher ausfällt, die vom Wirtschaftswachstum bis jetzt noch nicht so viel hatten. Und das Wirtschaftswachstum sollte ja irgendwie auch konserviert werden und auch noch in den nächsten Jahren da sein. Allerdings muss man sagen, die wirtschaftliche Situation ist 1963 gar nicht mehr so rosig wie noch in den Jahren davor. Und der Hauptgrund liegt einfach daran, dass die Gewerkschaften es geschafft haben, die Arbeiter zu mobilisieren und es dann erreicht haben, dass 1962 zahlreiche Löhne drastisch erhöht worden sind. Man muss ja jetzt sagen, durch dieses Wirtschaftswunder kam die Wirtschaft und damit aber auch eben einzelne Sektoren in der Industrie, die kamen da sehr gut in Gange. Und es gab dann in einigen Branchen Vollbeschäftigung. Und demzufolge hatte jetzt die Gewerkschaft ein großes Potenzial, aus dem sie schöpfen konnte. Und oft war es so, dass Betriebe wie zum Beispiel Fiat ihre Arbeiter nicht so gut entlohnt haben. Und es ist natürlich klar, dass man jetzt die Arbeiter gut zu Streiks motivieren konnte. Im Februar 1963 zum Beispiel gab es auch einen Generalstreik, der ausgerufen worden ist. Also man forderte jetzt, dass die Arbeiter mehr vom Kuchen und damit von den Gewinnen abbekommen sollten. Diese Lohnzuwächse waren teilweise sehr groß. Sie betrugen je nachdem, wo man hinschaut, bis zu 20 Prozent. Das Problem war allerdings, dass die Lohnerhöhungen jetzt nicht mehr im Verhältnis standen zum Anstieg der Produktion. Das heißt, die Gewinne minimierten sich dann doch drastisch und Investitionen blieben dann in der Folge aus. Das ist eben die Kehrseite dieser ganzen Entwicklung gewesen. Das heißt, die Lohnerhöhungen sind größer als der Produktionsanstieg. Das führt zu Problemen und diese spürt man 1963. Die Inflationsrate steigt enorm an auf 7,6 Prozent. Und kleine und mittlere Betriebe müssen jetzt Kredite aufnehmen und im späteren Verlauf dann teilweise auch schließen, weil sie eben nicht mehr mit den Kosten klarkommen. Und auch ein Problem, das dann entstanden ist, ist, dass die Exporte gesunken sind. Und demzufolge kann man sich leicht ausrechnen, dass das Wirtschaftswachstum für das Jahr 1963 nicht rosig gewesen ist. Es ging dann doch relativ stark zurück und 1964 betrug das Wirtschaftswachstum auch nur 2,7 Prozent. Also es ging jetzt nicht so schnell wieder bergauf und es sollte auch nicht mehr so bergauf gehen wie vor 1963. Also diese wirtschaftliche Lage des Jahres 1963 ist tatsächlich ein Problem für die Regierung, die ja eigentlich viele Reformen angestrebt hatte. Allerdings ist man sich jetzt uneins, wie es weitergehen sollte. Die Sozialistische Partei Italiens fordert staatliche Investitionen, um die Wirtschaft weiterhin anzukurbeln, um dieses Wachstum also beizubehalten, um also von staatlicher Seite aus etwas zu tun, um diesen Boom weiter voranzubringen. Die Demokratie der Christiane dagegen hält davon nicht ganz so viel und sie ist auch nicht dafür, dass man jetzt die ganzen Reformen, die man angestrebt hat, durchbringen sollte, denn diese waren ja auch relativ kostspielig. Und die Demokratie der Christiane war der Ansicht, dass man diese Reformen erst durchbringen wolle, wenn die Wirtschaft wieder so wachsen würde wie vor 1963. Und da das ja eben, wie ich eben gesagt habe, nicht der Fall war, kam es dann auch nicht zu solch vielen Reformen. Das werden wir gleich also noch sehen. Letztendlich zerbricht dann diese erste Regierung von Aldo Moro und das ja auch relativ bald. Also es ist ja gerade mal knapp sieben Monate her, als die Regierung mit ihrer Arbeit begonnen hatte. Am 26. Juni 1964 ist alles schon wieder vorbei. Die Privatschulreform ist der Grund für das Scheitern. Die Niederlage bei der Abstimmung führt dazu, dass Aldo Moro zurücktritt. Und jetzt ist die Frage, wie soll es weitergehen? Mit welcher Koalition und welchem Regierungschef? Aldo Moro war natürlich bemüht, weiterhin Ministerpräsident zu bleiben. Und jetzt schauen wir uns mal an, was in der Zwischenzeit also passiert ist, bis zur nächsten Regierung von Moro, die dann am 23. Juli 1964 vereidigt worden ist. Hier sehen wir die Entwicklung des PSI und das ist dann durchaus auch interessant. Beginnen wir mal hier oben. Das ist sozusagen der Stand nach dem Zweiten Weltkrieg. Da haben wir diese Sozialistische Partei Italiens, die neben der Kommunistischen Partei Italiens die zweite starke und große Linkspartei gewesen ist. Am 11. Januar 1947 spaltete sie sich das erste Mal, das haben wir auch schon gesehen, Giuseppe Saragat bildet und gründet hier die Sozialdemokratische Partei Italiens. Der PSI bleibt bestehen, hat aber hier einen Teil verloren und jetzt eben teilte sich der PSI erneut. Am 5. Dezember 1963 gab es ja jetzt diese erste Koalition und es gab jetzt einen Teil innerhalb des PSI, der nicht bereit war, diese Koalition mitzutragen, die nämlich der Ansicht war, man müsse sich weiterhin mit der Kommunistischen Partei Italiens zusammentun. Der PSI hat sich ja mittlerweile davon entfernt. Und diese Spaltung hier war für die Sozialistische Partei Italiens schon ein bisschen schmerzhaft, denn es gingen 25 Abgeordnete verloren, 12 Senatoren verloren, 100.000 der rund 500.000 Mitglieder. Es wurde der PSIOP gegründet, das steht für Partito Socialista di Unità Proletaria, also auf Deutsch kann man sagen die Sozialistische Partei des Vereinten Proletariats. Also da die Ausrichtung weiter nach links und der PSIOP sollte auch sich an die Kommunistische Partei Italiens binden. Immerhin gelingt es jetzt den PSI, sich wieder mit den Sozialdemokraten zu vereinigen, am 30. Oktober 1966 zum PSU, das steht für Partito Socialista Unificato. Allerdings bleibt der Wahlerfolg aus, das werden wir am Ende des Videos sehen und auch weiterhin sind da noch Streitigkeiten vorhanden und so trennen sich diese beiden Parteien wieder am 5. Juli 1969. Also für den PSI, ja oder der PSI hatte immer wieder mit Spaltungen zu kämpfen. Und wie gesagt, diese Spaltung, die jetzt hier passiert ist, die führte dazu, dass man nur noch 62 Abgeordnete und 24 Senatoren gehabt hatte und 400.000 oder 500.000 Mitglieder blieben übrig. Das mal so nebenbei, also man sieht, der PSI hat da schon ein Problem, die diese Regierungsbeteiligung mit sich bringt und auch die Kommunistische Partei unterstützt den PSI in der Regierung nicht, denn immerhin hat man jetzt eine linke Partei in der Regierung und die Kommunistische Partei hätte das eigentlich nutzen können, um bei gewissen Reformen mit dazu zu stimmen und vielleicht auch eigene Positionen über den PSI einbringen zu können, aber das bleibt aus. Palmiro Togliatti verstirbt, Luigi Longo wird aber sein Nachfolger und dieser führt diesen Kurs von Togliatti fort. Das heißt, die moderaten Kräfte in dieser Kommunistischen Partei kommen nicht zum Zug und es gab Kräfte, die durchaus eine Kooperation mit dem PSI in der Regierung haben wollten. Naja, also wie man sieht, der PSI hat da durchaus Probleme und es ist so, der PSI hat Probleme, die Demokratie der Christianer ist aber auch zerstritten, man ist sich nicht sicher, ob man die Regierungskoalition erneut eingehen solle. Jetzt gibt es aber zwei starke Argumente dafür, dass der PSI trotz aller Zerstrittenheit dann doch relativ bald wieder mit der Demokratie der Christianer koaliert hat. Diese zwei Punkte sehen wie folgt aus. Zum Ersten hat man sich natürlich ein bisschen auch an die Macht gewöhnt, die man jetzt in dieser Regierung hatte. Wenn man in der Regierung ist, hat man eben auch mehr Möglichkeiten, Stellen zu besetzen im öffentlichen Dienst zum Beispiel und diese Machtoption wollte der PSI jetzt noch nicht verlieren. Und zweitens hatte man große Angst vor einem Rechtsruck und einer möglicherweise sogar Abschaffung der Demokratie. Das klingt jetzt irgendwie sehr extrem, was der PSI sich da jetzt denkt, aber es gibt zumindest eine obskure Sache, die im Juli 1964 passiert und die bis heute auch nicht gänzlich zu Ende erforscht worden ist. Also falls jemand mal ein Forschungsthema braucht, der kann sich mal diese De Lorenzo-Affäre genauer anschauen. Und zwar ist das wie folgt. Am 15. Juli 1964 treffen sich Antonio Senghi, den wir hier links sehen, und Giovanni De Lorenzi, den wir hier rechts sehen. Antonio Senghi ist von der Demokratie der Christianer. Wer die anderen Videos schon gesehen hat, der weiß, er hat auch mal eine Regierung angeführt. Antonio Senghi ist, wie die Literatur sagt, erzkonservativ. Zumindest Hans Woller sagt das. Er ist also mehr dem rechten Flügel der Demokratie der Christianer zuzuordnen. Er ist allerdings zugleich Staatspräsident. Also in einer bedeutenden Position im Staat. Und Giovanni De Lorenzo ist Kommandeur der Carabinieri. Was genau der Gegenstand dieser Unterredung war, ist nicht ganz klar, aber es ging die Angst um, es gäbe oder es könnte die Möglichkeit eines Militärputsches geben. Denn was man so in etwa weiß ist, dass es eine Einsatztruppe gegeben hat von Seiten der Carabinieri, die, sollte es zu einem linken Aufstand kommen, bereit stand, um diesen Aufstand niederzuschlagen und also einzugreifen bei einer Erhebung der Linken. Jetzt ist natürlich die Frage, inwieweit war die Möglichkeit eines Militärputsches real und inwieweit ist das eher die Angst des PSI. Und das ist durchaus umstritten. Die Forschung, die neueste Forschung, sieht die Gefahr eines Militärputsches nicht gegeben. Es sollte eher eine Drohgebärde sein. Zumindest kann man das bei Tobias Hof nachlesen. Ein Buch, das durchaus lesenswert ist. Staat und Terrorismus in Italien 1969 bis 1982. Da geht es mehr um die terroristischen Akte, die also in diesem Zeitraum geschehen sind und die werden wir ja dann auch in der Italien-Reihe noch behandeln müssen. Hier gibt es einen kleinen Überblick über die Jahre 1958 bis 1992. Und da kommt er auf diese De Lorenzo-Affäre zu sprechen. Und er sagt in der Fußnote, eine These in der Wissenschaft ist, dass das eine absichtliche Drohgebärde war, damit die Demokratie Christiane eine bessere Position in den Koalitionsverhandlungen mit dem PSI habe. Denn der PSI wollte ja weiterhin die Reformen durchbringen. Und durch diese Gefahr, dass es einen möglicherweise einen Putsch geben könnte, war der PSI bereit, viele der Reformforderungen fallen zu lassen. Hauptsache man konnte die Regierung bilden und den Rechtsdruck verhindern. Und dies ist die These, also die da geschildert wird. Denkbar ist das. Und diese Unterredung hat tatsächlich das Ziel nicht verfehlt, wenn es sich um eine Drohgebärde handeln sollte. Denn tatsächlich der PSI zog dann relativ schnell in die nächste Regierungskoalition ein. Am 23. Juli war es soweit. Was hier jetzt noch steht, was ich persönlich noch interessant finde, ist, dieser De Lorenzo war ab 1969 in der monaschistischen Partei und ab 1971 im Movimento Sociale Italiano und das ist die neofaschistische Partei. Also Giovanni De Lorenzo ist auf jeden Fall weit rechts einzuordnen. Gut, es kommt also jetzt zur Bildung dieser Regierung. Trotz allem die Demokratie der Christiane ist, wie ich gesagt habe, innerlich zerstritten und im September 1964 gibt es in der Partei auch einen Rechtsruck. Also innerhalb der Partei, also auf diesem Parteitag ist eine Orientierung mehr am rechten Flügel zu erkennen. Wie gesagt, die Demokratie der Christiane ist nicht zu einem höheren Reformtempo bereit, sondern erst dann bereit, mehr Reformen durchzubringen, wenn die Wirtschaft wieder ansteigt wie vor 1963, aber das blieb ja letztendlich aus. Wie gesagt, 1964 2,7% und dann 65 bis 1970 circa 5% und danach bis 1974 circa 3 Prozentpunkte und auch die Industrie wächst nicht mehr so stark wie vor 1963. Vorher waren es 9 bis 10 Prozentpunkte im Jahr, bis 1970 dann nur noch 5 bis 6 Prozentpunkte und bis 1974 3 Prozentpunkte und damit wurden jetzt auch nicht so viele Reformen beschlossen. Im Übrigen, wenn ihr wissen wollt, woher ich die ganzen Zahlenwerte habe, die habe ich entnommen aus dem Buch Geschichte Italiens im 20. Jahrhundert von Hans Woller. Das ist ein gutes Überblickswerk, wenn man sich einmal einen Überblick über die Geschichte Italiens im 20. Jahrhundert machen möchte und verschaffen möchte. Gut. Diese Regierung Moro II wird dann durch das Kabinett Moro III abgelöst. Wie gesagt, eine sehr lange Regierung für die italienische Republik, für die sogenannte Erste Republik, die längste sogar. Diese besteht weiterhin aus PSI, PSDI, PRI und DC und sie sollte vom 23. Februar 1966 bis 25. 6. 1968 amtieren. So, jetzt gibt es, auch wenn die Demokratie, Herr Christianer, ein bisschen das Reformtempo gedrosselt hat, ein paar Reformen, die erwähnenswert sind. Im Juli 1966 zum Beispiel das neue Kündigungsschutzgesetz, das für Betriebe ab 15 Mitarbeiter gegolten hat. Und zwar konnte man jetzt keinen Mitarbeiter einfach so kündigen aufgrund seiner politischen oder religiösen Einstellung. Das gab es ja vorher doch häufiger mal, dass zum Beispiel Mitglieder der Kommunistischen Partei Italiens grundlos gekündigt worden sind und benachteiligt worden sind. Was sich auch bessert, ist die Situation bezüglich der Gesundheit, also der medizinischen Versorgung besser gesagt. Vor allen Dingen der Süden profitiert, bei dem es vorher nicht eine so gut ausgestattete medizinische Infrastruktur gegeben hat. Da wird also das in Angriff genommen und man hatte jetzt auch einen rechtlichen Anspruch auf eine Krankenhausbehandlung. Das hatte man vorher nicht tatsächlich. Man konnte auch abgewiesen werden. Und wir sehen auch in ein paar Kenngrößen, dass die Versorgung also besser geworden ist. Man hat von 1960 auf 1970 einen klaren Anstieg an der Anzahl an Ärzten, eine Verdopplung der Hebammen und sogar etwas mehr als eine Verdopplung bei den Pflegekräften. Also da ging es tatsächlich voran. Und bevor wir uns gleich mit Reformproblemen befassen, also Probleme, muss man auch sagen, es gab dann noch in der Folge eine weitere Reform, allerdings erst nach der Regierung Moro 3. Ich will sie trotzdem an dieser Stelle kurz erwähnen. Das ist die gesetzliche Rente, die ab Februar 1969 eingeführt worden ist. Und so konnten auch Menschen über 65 Jahre ohne eigenes Einkommen ein bisschen Rente erhalten. Das betraf vor allen Dingen Menschen aus dem Süden und 766.000 waren davon betroffen und haben jetzt Rente bekommen, obwohl sie kein Einkommen hatten. Und auch die Invalidenrente wird erweitert. Das wird teilweise aber auch ausgenutzt, vor allen Dingen im Süden, und da wird Geld geholt vom Staat, das ihnen eigentlich gar nicht zusteht. Aber das nur mal am Rande. So, jetzt gibt es aber auch Probleme mit ein paar Reformen, vor allen Dingen mit der Reform im Bildungssektor. Das ist ein großes Problem. Man hatte im Dezember 1962 eine Schulreform beschlossen. Ich hatte das im letzten Video erwähnt, in dieser Reihe. Da wurde dann also eine Hauptschule eingeführt, die für alle verpflichtend war, und damit wurde die Schulpflicht auf acht Jahre erhöht. Insgesamt wurden auch mehr Lehrer eingestellt, es gab höhere Schülerzahlen, etc. Und das führt natürlich dann am Ende auch dazu, dass man mehr höhere Bildungsabschlüsse hat und damit auch mehr Studenten. 1960-61 waren 268.000, 1967-68 über eine halbe Million Studierende. Das führt aber jetzt zu einem Problem, denn die Universitäten sind darauf nicht vorbereitet. Sie sind maßlos überfüllt und es sind vor allen Dingen die älteren Professoren, die sich nicht für die Belange der Studierenden interessieren. Es gibt kaum staatliche Unterstützung, also keine oder kaum Stipendien. Viele Studierende müssen deshalb also arbeiten gehen. Das allerdings führt dazu, dass die Leistungen im Studium nicht so gut sind, schlechte Noten, ein sehr langsames Studiertempo und letztendlich gibt es auch eine hohe Abbrecherquote. 1968, ich finde den Wert sehr hoch, sind es 56% und damit hatte man auch schlechte Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Aber das galt nicht nur für die, Abbrecher waren, sondern teilweise auch für Menschen und junge Leute, die ein Studium zu Ende gebracht haben. Es galt auch für viele Absolventen. Es gab dann auch noch zahlreiche Polizeieinsätze gegen Studierende und diese wurden sehr hart geführt. Letztendlich waren also die Studierenden sehr unzufrieden und das führt zu einer ausgereiften Systemkritik. Da wird also jetzt das ganze politische System angegriffen. Man orientiert sich an Personen wie zum Beispiel Che Guevara, der ja in Kuba und in Südamerika sich einen Namen gemacht hat. Man orientiert sich am kommunistischen China, am Vietnam und man wollte eben eine Veränderung der Gesellschaft. Hans Woller spricht von einer Befreiung aus den Zwängen der bürgerlichen Welt. Und was waren so die Ziele, die da vertreten worden sind? Naja, man wollte wichtige Produktionsmittel verstaatlichen, man wollte auch alternative Lebensformen etablieren, also Lebensformen fernab von Ehe und Familie. Und diese Bewegung ging von den Universitäten vor allen Dingen im Norden aus, da wurden dann zum Beispiel Institute besetzt und Proteste wurden geführt. Diese Studenten werden dann teilweise unterstützt, teilweise aber auch nicht, zum Beispiel von Jugendlichen werden sie unterstützt, aber nicht von der Kommunistischen Partei Italiens, wobei man ja sagen könnte, so manche Ziele, da war man ja ähnlich. Nein, die Kommunistische Partei Italiens stellte sich dagegen und das führt aber dazu, dass sie in Misskredit gelangt ist bei den Studierenden. Und wie gesagt, es gibt dann hartes Vorgehen, gerade auch bei Besetzungen von Instituten oder dergleichen und es gibt ein, oder die größte Ausschreitung ist die Battaglia di Valle Giulia in Rom am 1. März 1963, man kann das hier unten an den Bildern ein bisschen verfolgen, die Polizeikräfte gegen die Studierenden, da kommt es dann also auch zum Brand von Einsatzwagen, Einsatzfahrzeugen, aber genauso auch zu Maßnahmen gegen die Studierenden, am Ende stehen da 600 Verletzte zu Buche, das war also eine große Ausschreitung und natürlich bestärkte das aber auch die Studenten in ihrer Systemkritik, denn die Polizei ging ja sehr hart vor gegen die Studierenden und jetzt und jetzt kommt es zu einer Vermengung von zwei Protesten, die Studenten tun sich nämlich mit den Arbeitern zusammen, die Arbeiter, die fühlen sich auch oft vernachlästigt, auch von Seiten der Politik und diese Parolen der Studenten, die sozialistischen Parolen, die werden von diesen Arbeitern gerne aufgegriffen und so tut man sich zusammen und diese bilden jetzt die außerparlamentarische Opposition, die sich aber auch gegen PCI und PSI richtet und das war natürlich ein Problem, denn diese hatten jetzt keine Stimme im Parlament ihrer Ansicht nach und mussten sich anderweitig Gehör verschaffen und die Folge sind also Protestaktionen und am Ende gibt es ja auch terroristische Akte, die dann in der Folgezeit auftreten. So, und die Lage ist vor allen Dingen im Norden prekär, weil, das hatte ich auch gesagt, es gibt ja eine relativ große Binnenmigration in Italien von Süden nach Norden, jetzt im Norden wurden aber nicht gleichwertig behandelt und das führte zu Spannungen und noch ein letztes zu den Arbeitern, man sieht das hier, die Streikzahlen gehen herauf, also die Unzufriedenheit ist sehr groß und es gibt sehr oft Streiks und ein Profiteur davon sind natürlich die Gewerkschaften, die drei großen, wir hier sehen, es gibt eigentlich nur zwei große, die dritte ist nicht ganz so groß, erhalten einen 1975 6,7 Millionen kurz zu den einzelnen Gewerkschaften CGIL das ist die sozialistisch-kommunistische Gewerkschaft CISL ist die katholische Gewerkschaft und UIL ist die Gewerkschaft der sozialdemokratischen und der republikanischen Partei, die hatte aber nur ein paar hunderttausend Mitglieder, also die war nicht so groß wie die beiden anderen Summa summarum diese Proteste haben jetzt eine große Auswirkung und am 19.11.1969 sollte es zu einem Generalstreik kommen und dieser sollte sehr stark nachhallen aber das liegt jetzt schon im Themenbereich des nächsten Videos also wir sehen diese Proteste haben jetzt auch politische Folgen so jetzt noch zum Abschluss zu diesem Video ein kurzer Blick auf die Wahlen des Jahres 1968 was hat sich getan seit der Wahl des Jahres 1963 was ist jetzt passiert in der Folge durch diese Regierungsbeteiligung des PSI hat sich da was getan nun also irgendwas zugunsten der Parteien oder auch zugunsten der Demokratie der Christianer schauen wir mal im Abgeordnetenhaus können wir folgendes beobachten schauen wir zunächst auf die Demokratie der Christianer 38,28% waren es 1963 jetzt sind es 39,12% der Anstieg ist immerhin fast ein Prozentpunkt groß aber man ist nicht auf dem Niveau von 1958 PSI und PSDI das kann man klar sagen sind die Verlierer gewesen denn sie hatten 1963 zusammen rund 20 Prozentpunkte gehabt und jetzt haben sie nur 14,48 Prozentpunkte zusammen also ein starker Rückgang wir haben aber auch gesehen der PSI hat sich ja gespalten in PSI und PSIUP und dieser PSIUP nimmt 4,45% der Stimmen ein und würde man diese jetzt drauf addieren zu den 14,48% für PSI und PSDI dann würde man sehen in etwa ist das Niveau gleich geblieben aber ein großer Anstieg beim PSI oder auch bei den Sozialdemokraten ist einfach ausgeblieben das muss man genau so sagen also PSIUP 4,45% und die Kommunistische Partei Italiens setzt einen drauf zur letzten Wahl von 25,20% Punkten geht es auf 26,90% hinauf also die Kommunistische Partei wird stärker und beim Senat war das dann so bei der Senatswahl war es so dass PCI und PSIUP zusammen angetreten sind und sie erreichten zusammen 30% der Stimmen und damit 101 Sitze im Senat PSI und PSDI die ja auch zusammen angetreten sind als PSU haben 15,22% der Stimmen erreicht auch hier ist man deutlich schlechter als vor 5 Jahren also 1963 da waren es etwas mehr als 20% der Stimmen und die Demokratie Christiana also man hatte beim Senat zusammen mehr als 20% der Stimmen im Abgeordnetenhaus weniger als 20% der Stimmen etwas also etwas weniger und die Demokratie Christiana kommt auf 38,34% der Stimmen das sind immerhin knapp 2% mehr und man kann aber sehen dass mittlerweile hier wenn man mal die drei Linken oder vier Linken hier jetzt mal also die PSDI ist jetzt eigentlich keine sozialistische Partei aber wenn wir jetzt mal die linken Parteien hier zusammen nehmen dann muss man sagen haben sie aber schon deutlich aufgeholt im Vergleich zu vorangegangenen Wahlen und waren jetzt doch relativ stark aber auch sie hatten natürlich keine eigene Mehrheit wie man hier sehen kann nun wie ging es jetzt kurz gesagt weiter also Aldo Moro war nicht mehr Regierungschef danach wurde Giovanni Leone zum zweiten Mal Regierungschef seine Regierung sollte allerdings nicht allzu lange halten das war eine Minderheitsregierung und damit sind wir aber schon eigentlich im Thema des nächsten Videos drin also will ich hier eigentlich einen Punkt setzen wichtig zu wissen ist es gibt in dieser Zeit jetzt den Beginn einer großen Protest Bewegung da haben sich die Studenten mit den Arbeitern zusammen getan und das führt jetzt zu großen Streik Aktionen und Generalstreik den ich eben schon erwähnt hatte und hier will ich noch mal eine Kleinigkeit zitieren und zwar aus dem Buch von Hans Woller das ich auch schon mal erwähnt habe Geschichte Italiens im 20. Jahrhundert da schreibt er über diesen Generalstreik dass Giuseppe Tamburoni mit Recht folgendes geschrieben habe zu diesem Streik dieser Streik sei eine Wende in der Geschichte der italienischen Arbeiterbewegung weil er also der Generalstreik sich fast ausschließlich auf politische und gesellschaftliche Reformen bezog das also zu diesem Generalstreik und wir werden dann im nächsten Video einmal schauen wie es weitergegangen ist in Italien und da wird auch das Stichwort Terrorismus eine Rolle spielen es gab jetzt verschiedene Terroranschläge in den 70ern also ab 1969 und die werden wir uns dann auch nach und nach anschauen und das soll es aber jetzt zu diesem Video hier gewesen sein